Klingan hat im Mai 2015 einen Witz auf Twitter über Dagi Bee gepostet. Das fand Dagi aber nicht gerade witzig. Sie hat ihn daraufhin blockiert. Klingan war damit unzufrieden. Aus diesem Grund hat auch seine Fans in einem Video aufgefordert, mit dem Hashtag Dagi in Blog Timon, Dagi auf ihn aufmerksam zu machen. Mit Erfolg! Dagi, die dank der vielen Posts auf Twitter auf Klingans Video aufmerksam geworden ist, entblockt ihn und postet, aber ich mag Witze. Meiner Meinung nach eine sehr sympathische Reaktion. Klingan hat sein Ziel erreicht und bringt seine Freude in folgenden Posts zum Ausdruck. Ja, wir haben es erreicht. Ich danke allen für ihre Hilfe. Endlich konnte ich mein Lifegoal erreichen. Man sollte bedenken, Klingans Video war stark ironisch. Ob ihm eine Versöhnung mit Dagi wirklich wichtig war, bezweifle ich. Meint ihr, dass Klingan sich jetzt traut und wieder Witze über Dagi postet? Drücke rechts oben auf das I und gebt eure Meinung dazu ab. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat es gefallen. Ich würde mich über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir.